Ich habe einiges nachzuholen, ich habe die Vorbereitung verpasst und mir tut das gut, jetzt auch wie heute die intensiven Einheiten und dann freue ich mich auch wenn ich dann abends kaputt bin und ins Bett falle und morgens wieder aufstehe, erholt bin und es dann weitergeht. Wir versuchen jetzt erstmal durch das Kleinfeldspiel Ballsicherheit zu bekommen und ich denke am Ende der Woche wird dann die Taktik feststehen, wie wir genau auftreten wollen, aber natürlich wollen wir guten offensiven Fußball spielen, aber auch nicht die Defensive vernachlässigen.